Mehrere Jahre lebt Pushkin in südrussischer Verbannung. 1824, als 25-Jähriger, wird er sogar aus dem Staatsdienst entlassen und erhält für zwei Jahre quasi Hausarrest auf dem väterlichen Gut. Dort begegnet er erneut der bildhübschen Anna Kern, die er einst liebte. Sehr lange her ist es gewesen, da tanzten wir in diesem Saal. Doch dann entflogst du, Wunderwesen, der reinen Schönheit ideal. Im schmerzlich-hoffnungslosen Sehnen, im ewgen Lärm der Menschenschar, hört deine süße Stimme ich tönen, träumt ich dein mildes Augenpaar. Allein im Kampf mit dem Geschicke und in der Jahre düsterm Gang vergaß ich deine Engelsblicke und deiner süßen Stimme Klang. Denn lange Jahre war verbannt ich, es war die Brust mir stumm und leer. Für keine Gottheit mehr entbrannt ich, nicht weint ich, lebt ich, liebt ich mir. Es darf die Seele nun genesen, denn du erscheinst zum zweiten Mal ein rasch entfliegend Wunderwesen der reinen Schönheit ideal und wieder schlägt das Herz voll Weihe. Sein Todesschlummer ist vorbei, für eine Gottheit glüht's aufs Neue, »Es lebt, es weint, es liebt aufs Neue.« Überhaupt macht die Suche nach der richtigen Frau fürs Leben einen nicht geringen Teil von Pushkins Aktivitäten aus, wobei es natürlich immer wieder Rückschläge geben kann. Rückschläge, die vom Dichter manchmal auch gewollt sind, denn nicht jede Frau, in die er sich verliebt, hält seinen Wünschen, so wie Anna Kern auch beim zweiten Hinsehen stand. Gnädiges Fräulein, ich fuhr neulich an ihrem Haus vorüber, sie verzeihen. Nun, ich hatte es sehr eilig, kehrte nicht bei ihnen ein, hatte Angst vor ihren schönen blauen Augen allzu sehr. Ich, den längst Vampir schon nennen, alle im Distrikt von Twer, fürchtete, es könnte geschehen, dass ich falle auf die Knie. Und so glaubt ich, durch mein Flehen störe und schockiere ich sie. Im Gedächtnis wird inzwischen sich vielleicht zu meinem Leid ihrer Schönheit Bild verwischen, durch des Tags Geschäftigkeit. Aber nein, nichts kann zerstören die Erinnerung an sie. Weiterhin werde ich verehren ihres Wesens Harmonie. Kommt es anders, werde einstweilen anderswo ich trösten mich. Doch zu ihnen werde ich eilen, ein Jahr später sicherlich. Immerhin schreibt Pushkin in diesem Hausarrest Boris Godunov, sein berühmtestes Werk, 50 Jahre später, von Mussorgsky meisterhaft vertont. Aber dennoch langweilt er sich. Was tut man auf dem Land an trüben Wintertagen, hm? Als erstes wird man früh beim Tee den Diener fragen, wie wird das Wetter heut? Gab's Neuschnee? Ist's sehr kalt? Ich greif zu einem Buch, doch lesen kann ich nicht. Was macht mich so zerstreut? Ich leg das Buch beiseite, zur Feder greife ich, doch nichts gelingt mir heute. Die Muse döst wie ich, umsonst beschwör ich sie. Wirr reihen die Worte sich und ohne Melodie. Mein treuer Diener selbst, der Reim, will mir nicht dienen, sodass die Verse blass wie Nebelschwaden rienen. Verzweifelt stelle ich den Kampf mit ihnen ein. Die Köchin lärmt und schreit, ich geh zu ihr hinein. Man macht ums Rübenkochen das Silberzeug sich sorgen. Vom Wetter spricht man und ob's Schneesturm gibt auch morgen. Ja, ja. So interessant ist's hier an trübem Wintertag. Doch welche Sensation, wenn plötzlich mal ein Wagen, ein Reiseschlitten vor dem Tor des Hofs sich zeigt und eine Dame mit zwei hübschen Töchtern daraus steigt. Wie kann sich dann, gefügt durch Gottes Willen, das ganze öde Haus sogleich mit Leben füllen? Mit Blicken fängt es an. Anfangs versteckt und scheu und Worte folgen drauf. Gespräche, bald ganz frei. Gemeinsamer Gesang. Des Abends dann Gesellschaftsspiele. Bis durch den Tanz sich lockern die Gefühle. Die Worte werden kühn, Begier verrät der Blick. Trifft man die Holde unverhofft auf schmalem Treppenstieg. Wenn's dunkelt, sieht man sie erregt von Lustgefühlen, wohl unterm Vordach stehen, die heiße Stirn zu kühlen. Die halb entblößte Brust gibt sie dem Schneesturm preis. Der Frost macht ihr nichts aus. Ihr Kuss brennt doppelt heiß. Wie frisch sind Russlands Frauen vom Schneestaub weiß gepudert. In Moskau lebt die Frau, die er liebt und die er heiraten wird. Natalia Goncharova heißt sie und gilt als schönste Frau Moskaus. Schönste Frauen ziehen aber Nebenbuhler an und Pushkin ist ein eifersüchtiger Ehemann. Er schreibt zwar als Liebeserklärung an seine Frau die Zeilen Fürwahr, ich bin kein Freund von stürmischen Genüssen, von Zügellosigkeit und hemmungslosen Küssen, mag die Bachante nicht, die sich mit brünstkem Schrei wie eine Schlange krümmt in wilder Raserei sich selbst nur steigern will mit krampfhaftem Bemühen in letzten Zuckungen der Wollus zu erglühen. Ach, wie viel lieber ist doch deine Sanftheit mir! Welch schmerzlich tiefe Lust empfind ich stets bei dir, wenn ich nach langem Flehen mich über dich darf neigen und du dich ohne Rausch mir zögernd gibst zu eigen! Wie sehr beglückt mich stets deine Verhaltenheit! Stumm, schamhaft nimmst du hin all meine Zärtlichkeit, Wirst lebhaft ohne Hast, pflegst nichts zu übereilen, um im Zusammenklang das Glück mit mir zu teilen. Aber der kleine, 1,60 Meter große Dichter ist ein Freund von übertriebener Männerähre und so bittet er, der schon viele Ehrenhändel überstanden hat, einen jungen Nebenbuhler zum Duell. Pistolen auf 10 Schritt Puschkin ist 37 Jahre alt. Der erste Schuss trifft ihn in den Bauch. Drei Tage später stirbt er, umringt von Freunden. Der Zahn Nikolai, sein Schulfreund, begleicht Puschkins Schulden und kümmert sich um die Zukunft von dessen Witwe und ihrer vier Kinder. 50.000 Menschen folgen dem Sarg des Dichters, mehr als bei jedem anderen Toten bis dahin. TTA 50.000 Menschen folgen dem Sarg des Dichters, sind 19.000 Filipurk 20.000 Menschenwebrig-Linz Minling chiaren woanders Kimentos